Grüß dich und willkommen zur Top-Herausforderungen-Bloons für das 6.28.2023 auf der Karte Halbinsel. Schwierigheitsstufe, schwer im Standardmodus und das sind die Regeln, du darfst nur einen Affen platzieren, hast exakt 42.000 Stattgeld, das ganze Spiel zieht in Runde 76 ab, Affenwissen ist hier deaktiviert, alle Bloons sind getarnt und die Keramik-Bloons, die hier kommen, haben deutlich mehr Gesundheit. Okay, los geht's! Ich zeig dir hier zwei Lösungen und die erste Lösung ist gleichzeitig auch die einfachste. Also, nimm meinen Bummerdrang-Affen platzieren hier an dieser Stelle, so nah wie möglich an den Weg, dann machst du als Verbesserung 5, 0 und 2. So, jetzt kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Hier kommen einige getarnte Bloons, aber unser Bummerdrang-Affe erledigt sie mit seinen rotierenden Gläven. So, bei Lösung Nummer 2 benötigst du einen Superaffen und der kommt hier an diese Stelle hin, dann musst du erstmal diesen Seetang hier entfernen, dann nimmst du den Superaffen, platzierst ihn auch so weit nach links wie möglich, in etwa so, dann machst du als Verbesserung 0, 4 und 2 und bei Zielvorgabe musst du auf nahe stellen, also nahe und erster. Jetzt kannst du dein Spiel erstmal schnell laufen lassen, sobald die Bloons in etwa hier sind, solltest du es langsam laufen lassen und sobald die Fähigkeit voll ist, setzt du sie ein, so nämlich jetzt und dann werden alle Keramik-Bloons mit einem, äh, auf einen Schlag zerstört. Das ist Sieg Nummer 2. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.